also immer beobachten wenn er seinen kopf dreht ich stelle mich jetzt einfach gerade neben den hinter hast du die chance auszuweichen er macht ja meist er macht ja mehr er macht mehr flächen beim zweiten tut er den radios erhöhen er hört den radios an der höhe den radios noch ist ja dann wirklich so ein dreiviertel ding dankbar ist er es wäre richtig cool wenn jemand aus omega so marienkäfer shoppen würde und dann zerstören live genau anzünden steuerbord so jetzt müsst ihr siehst du sagst du sagst du ich brauchst nicht er steuerbord also letztens ein steuerbord war bin ich nach links gelaufen steuerbord ja genau links laufen und bei backbord müssen wir nach rechts laufen das ist echt doof ich mag links und rechts nicht ich warte ja dieses blöde meine passatur spinnt wenn wir kommen wieder naja ich müsste mir ja nur soviel freimachen dass wir platz haben ja oh ich bleib das schon das wird später bestimmt noch lustig beim hardmode habe wir noch so weit kommen sollen wir heute ja auch noch alles machen aber mich interessiert jetzt schon wer das vierteoon wird ja mich auch bin ich gespannt go away was vorne 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 der tank oder wer ist denn noch? ne Coco du bist weggelaufen von vorne ja ich bin nach hinten mitgelaufen ich hab doch geschlafen egal einer ist das schlimm der andere hat auch aufgehen können frag ich mich was die so als Gas geben wow ok ich hab's verstanden was? du musst in diesen Kreis reingehen sonst bist du tot ja natürlich so bist du entscheidend nein wenn du diesen Status nicht hast ich wollte einfach mal gucken was passiert aha aus diesem goldenen Status wenn du den nicht weg bekommst ist tot dann platzt du ja ja also du lässt den Platz zu mhm du entplatzt ok Omega Platz wo gehen die anderen hin? ich würd's langsam machen guck mal die Delta-Attack und 14 der geht ja nicht zurück oder? der geht ja eh nicht zurück oder? wie lange ist der Zeit? hm das sehen wir da auch wenn er raus geht dann ist das Deck weg ok die Fisting-Faust die Fisting-Faust die Fisting-Faust oh scheiße der drückt sich aus da hab ich jetzt gepennt jetzt rückt er die Nixen raus scheiße aus bitte ach du kacke ich steh richtig kacke aber warte mal Elektro-Sturz Heilung 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 kommt er bestimmt wieder mit diesem Backboard und sonstigem Scheiß mit Sicherheit ne ich glaub ich kann das noch mal ausdrucken von dem Bomber äh wer hatte das Ding? Steuerboard nach links ah Backboard ich steh ihn richtig weil er halt er dreht sich ja um ich war schon längst raus keine Chance du hast schon ja du musst davor schon richtig stehen echt schweife oh man ey ausdrücken kleine Fäuste cool oh ja du du wieder die fäuste oh jetzt kommt der scheiß, das war echt behinder, weil wir kriegen jetzt welches mark noch oh fuck oder danach? Atomstrahlung das war jetzt der behinderte Gummell ok, jetzt müssen wir gleich gucken wir müssen nach rechts ich steh schon rechts und jetzt werden sch- nicht sch- hey jetzt hat er sich umgedreht, das war das andere ja also das ist so unfair oh fuck ok, Fäuste wow und kleine Fäuste holy moly Secken ok, jetzt war's chaotisch rockboard ah, schon wieder falsch gestanden ey, ich bin doch schon da ah, jetzt verreck ich wieder oder? boah uuuhuhuhuhuhu schon wieder Senfbombe schon wieder Senfbombe Atomstrahlung, Massenlunch noch mal oh 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 fuck geht der jetzt in den Enrage? ich hoffe nicht und nie auf den Enrage? ich glaub die noch mal nicht ne, ausdrucken nicht vergessen, wir hatten schon mal so einen soll ich damit noch warten oder machen? warte mal noch ich weiß wie der schon ist boah bei mir leckt es dann einfach so abartig oh, ich glaub jetzt kommt vielleicht wieder diese Backboard-Kacka ich mach Limit Elektro-Sturz ist äh die ohhh oh jee, jetzt muss ich abkratzen ooooohh we did it wuhu geil alter Schwede oh, tschüch du kack nerviger Marienkäfer ja scheiß Carabeos blöder Marienwie ja aber wir müssen den machen, damit wir Punkte bekommen Notenrolle von ESC erhalten m das ist echt gut Danke Annie Oh Gott